Hallo, herzlich willkommen zu unserem Ultraschall 5 Screencast. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr rum, dass wir unsere 4er Version gereleased haben und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir keine 4.01 oder 4.1 gebraucht haben. Das heißt also, die 4er lief wirklich gut und ich hoffe, dass wir das mit der 5er nachholen können. Ein paar Randbemerkungen noch. Diejenigen von euch, die im Dezember schon mein Teaser Video gesehen haben, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, denn ihr habt noch gar nichts gesehen. Wir haben in den letzten drei Monaten noch wirklich eine große Schippe draufgelegt und ich würde sagen ein Drittel bis Hälfte der Features nochmal oben drauf gestapelt. Also wenn wir gleich das Change Log durchgehen, werdet ihr sehen, es nimmt und nimmt und nimmt und nimmt kein Ende. Von daher lehnt euch zurück, holt euch was zu trinken, so 3 bis 4 Stunden wird es dauern und dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier so durchkommen. System. Wir unterstützen jetzt die aktuellste Version von Reaper. Das ist Stand heute 6.25 und würden diese Version jetzt auch einfrieren. Das heißt, keine weiteren Aktualisierungen sind erlaubt. Das Spielchen kennt ihr schon. Hat auch den Hintergrund, dass bei Reaper nicht mehr wirklich viele für uns relevanten neuen Features hinzukommen. Sollte das doch in den nächsten Wochen, Monaten mal der Fall sein, werden wir dann einfach eine entsprechende Zwischen-Release machen und darauf hinweisen. Aber so ganz rechne ich damit nicht. Mit der 6.05 für die 4er haben wir es auch gut ausgehalten, ein Jahr lang. Warum diese Version 6.25 aber wirklich wichtig ist, zumindest für diejenigen von uns, die in die Zukunft schon geschritten sind oder vorhaben zu schreiten. Ultraschall 5 ist wirklich bis in die Haarspitzen optimiert für M1 Max mit Apple Silicon. Es ist also teilweise dramatisch, wie viel schneller einzelne Dinge sind. Also beispielsweise ein Render-Speed kann bis zu 500-fach Realtime erfolgen. Das heißt also eine 2-Stunden-Sendung habt ihr irgendwie in 40 Sekunden rausgerendert. Komme ich aber hinterher noch zu. Das Ganze läuft perfekt auf macOS Big Sur, umfangreichst getestet. Macht euch da also keine Sorgen. Von daher also mindestens wenn man im Mac-Universum unterwegs ist, ist es völlig sicher zu sagen, dass eine M1-Maschine, welche auch immer, kann man als optimale Podcasting-Plattform sicherlich bezeichnen. Es gibt nichts Besseres. Wenn ihr bei den Laptops guckt, gibt es immer das Argument, ja, das R ist aber ja ohne Lüfter und das ist ja für Podcasting auch gut, wenn der Lüfter nicht so angeht. Das könnt ihr vergessen. Ich habe das Pro und der Lüfter ist nicht existent im Pro. Das heißt also, ihr werdet in keiner Situation, wo ihr Podcastet und Ultraschall nutzt, jemals den Lüfter hören. Ich habe irgendwo meinen Counter auf 73 Tage ohne den Lüfter gehört zu haben stehen. Ja, also nur dann, wenn ihr ihn dann mal wirklich haben wollt und wirklich braucht, wenn ihr beispielsweise, wie ich jetzt hier hinterher ein Screencast rausrendert, da springt ihr dann mal an. Ansonsten könnt ihr eure Kaufentscheidung also völlig unabhängig davon machen. Wir liefern natürlich wieder die aktuellsten Versionen von Studio Link und Studio Link on Air mit. Und wenn es dort Updates gibt, dann weisen wir darauf hin, sodass man die also auch zwischen den Ultraschall-Releases natürlich aktuell halten kann. Der Sebastian werkelt da ja immer noch tüchtig. Update der Ultraschall-API, die wir zur 4.0 eingeführt haben, mit mittlerweile 1385 Lua-Funktionen und API Endpoints, alle sauber durchdokumentiert. Das ist schon wirklich ein extrem großes, beeindruckendes Werk, was Mio dort nach wie vor leistet. Erleichtert uns die ganze Ultraschall-Programmierung ganz erheblich und ist auch für Einsteigerinnen ein guter Weg, um schnell mal neue Funktionen auszuprobieren. Ich komme gleich noch weiter dazu. Installer. Es ist wirklich passiert. Ich hätte es nicht geglaubt, dass ich nochmal den Jeff Goldblum-Moment nachstellen kann. Es gibt keinen Schritt 3. Heiko hat es in der Tat geschafft, einen Installer zu bauen, der so durchoptimiert ist, dass es wirklich nur noch zwei Installationsschritte gibt. Schritt 1, Reaper installieren. 0815 halt, die Version, die oben angegeben ist. Schritt 2, den Ultraschall-Installer laden und durchlaufen lassen. Und das war's. Kein Theme mehr irgendwo hinschieben, keine Dinge registrieren, keine Sicherheitschecks. Es ist ein Wunder. Toll, dass wir das erreicht haben. Hat auch viel damit zu tun, dass wir mittlerweile ein wirklich tiefes Verständnis dafür haben, wie Reaper funktioniert und auf welchen Ebenen wir dann noch schrauben und drehen müssen. Ich vergleiche das immer ganz gerne jetzt so mit den letzten Spielen, die für eine Spielkonsolengeneration rauskommen. Die haben dann irgendwann auch noch so das letzte Bit umgedreht innerhalb der verfügbaren Chipsätze und so ein bisschen so auf dem Level sind wir, glaube ich, mittlerweile auch unterwegs. Wer jetzt denkt so, ah, da ist es aber wieder etwas hochstaplerisch vom Stockmann, was er da erzählt, dann würde ich mal raten, geht doch mal ins offizielle Reaper-Forum und da mal in dem Bereich Erweiterung und Development. Da seht ihr, dass es hier ein Sticky Thread gibt, Reaper Internals, DevDocs und Tutorials, der ist von Mio geschrieben. Das heißt also, das ist quasi die inoffizielle Reaper-Dokumentation, die da anfängt, wo die nicht besonders umfangreiche offizielle Reaper-Dokumentation aufhört. Von daher sind wir da mittlerweile, glaube ich, ganz respektabel unterwegs, was unser Reaper-Verständnis angeht. So, ähm, der Installer hat noch ein weiteres tolles Goodie, was Heiko reingebaut hat, nämlich, ähm, wenn ihr die neue Version installiert habt, habt ihr Backups eurer alten Setups. Ich zeig mal eben, wo man die findet auf dem Mac. Bei Windows ist es aber ähnlich, der Ordner ist hier angegeben. Das heißt also, ihr öffnet den Finder, drückt mal, ups, drückt die Options-Taste, lasst sie gedrückt, geht oben im Menü auf Gehe zu und wählt dann Library aus. Ja, wenn ihr die Option-Taste drückt oder nicht gedrückt lasst, erscheint mal oder verschwindet wieder das Library. So, und dort geht ihr dann in Application Support und dort habt ihr den Ordner Ultraschall. Und dort findet ihr jetzt einen Ordner Backups und da drin mit Timestamp sortiert eure Konfiguration. Und wenn ihr da mal reinschaut, dann seht ihr, dass also alles, was so, äh, wirklich relevant ist, beispielsweise habt ihr hier die Track-Templates, wenn ihr euch da welche angelegt habt, oder die Projekt-Templates, die tauchen alle hier entsprechend auf, sodass ihr also im Prinzip auch wieder zurückdrehen könnten, Installation erstmalig. Wenn euch Ultraschall 5 aus überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen nicht gefallen sollte, nehmen wir mal an, ihr mögt kein Gelb. Oder, ähm, wenn ihr einzelne Projekt-Templates vergessen habt, vorher irgendwo, äh, abzuspeichern, findet ihr die dort wieder und könnt ihr dann entsprechend nachnutzen. Theme. Das erste, was einem sicherlich um die Ohren springt, wenn man, äh, Ultraschall das erste Mal wechselt, ist, wir haben den, ich glaub, größten Design-Sprung wieder unserer bisherigen Karriere gemacht. Wir, äh, zeigen nämlich Mut zur Farbe und es ist ein Gelb geworden. Das heißt also, unser Haus- und Hof-Designer Malik hat, ähm, sich hier mal ein sehr eingängiges Design einfallen lassen. Und das zieht sich jetzt durch die komplette UI durch. Das heißt also, alles, was wir irgendwo an, ähm, eigenen Fenstern haben, beispielsweise hier unser neuer Settings-Screen oder Kapitelmarken oder der Soundcheck, ähm, alles folgt jetzt dieser neuen Formsprache, äh, schön einheitlich. Ich glaub, das ist, äh, designtechnisch auch nochmal ein schöner, großer Schritt nach vorne. Theme, Dark Mode für macOS. Das, äh, äh, macht die ganze Anmutung nochmal eine Runde interessanter. Wenn ich jetzt nochmal den Settings-Dialog aufrufe, dann seht ihr, hat man hier jetzt immer noch eine, eine helle Leiste oben drüber. Man kann jetzt einen Dark Mode aktivieren. Dafür müsst ihr einmal in die Reaper-Settings reingehen. Dann den Bereich General, Advanced UI System Tweaks, hier unten der Button. Und dort aktiviert ihr Allow Dark Mode. So, jetzt einmal Reaper neu starten. Und vorher natürlich im System auch auf Dark Mode umschalten. Ja, also ob man das jetzt mag oder nicht, äh, das ist ja extrem Geschmackssache, aber es gibt viele Leute, die es gerne haben. Und die bekommen dann halt jetzt auch einen Ultraschall, was schön total profimäßig Dark daherkommt. Ja, wenn man jetzt also in Settings-Dialog sieht man, alles Dark. Ähm, insbesondere auch hier in solchen Bereichen wie dem Marker-Manager sieht das jetzt insgesamt doch nochmal runder aus. Gar keine Frage. Ähm, ob es dann dem einen oder anderen dann zu dunkel ist in den Dialogen beispielsweise, das muss man einfach für sich ein bisschen ausprobieren. Ich persönlich bin noch beim Light Theme, aber ähm, das geht schon. Eine Warnung muss ich aussprechen. Was leider nicht geht, das ist aber nicht unsere Schuld, ist das flüssige Hin- und Herschalten. Also beispielsweise über einen Automatik-Modus oder dass man mehrmals am Tag hin und her skippt. Man kann das zwar machen, wenn ich jetzt aber Reaper nochmal neu starte, dann wird man sehen, dass die Sachen in Ordnung sind. Aber wenn ich beispielsweise einen, äh, Effekt reingebe, dann passieren solche Dinge hier unten. Ja, das heißt also, da habe ich plötzlich dann, ähm, ähm, sind Dinge nicht mehr so wirklich gut lesbar. Ähm, von daher würde ich also davon abraten. Das heißt also, ähm, entscheidet euch einfach, ähm, ob ihr halt entsprechend jetzt, äh, ein helles Theme oder ein dunkles Theme haben möchtet. Und wenn ihr wechselt, müsst ihr auch hier in den Reaper-Settings das entsprechend umschalten, denn ansonsten wird es keine Auswirkungen haben. Ja, starten wir das nochmal, gucken nochmal den Unterschied uns an. Ja, jetzt kann man sofort wieder alles vernünftig lesen. So, Bereinigung der Buttons in der Exportleiste komme ich hinterher zu. Zu den einzelnen Funktionen haben wir ein bisschen was umgedreht. Äh, Buttons konsistent. Wir haben die FX-Buttons jetzt blau gemacht, damit sie sich klarer in ihrer Funktion von den gelben ähm, ähm, Funktions-Buttons außenrum abheben. Optimierung der Fluptizität, das betrifft insbesondere auch die M1-Rechner. Ähm, da haben wir jetzt das Glück, dass dort jetzt mittlerweile auch die Reaper-Macher ein bisschen mehr Wert darauf nehmen, wie flüssig ist das User-Interface. Ihr könnt das jetzt hier in den Screencast nicht wirklich nachvollziehen, weil das auf 30 Frames per Second reduziert ist. Ähm, das heißt also, es wird jetzt Rücklieger aussehen als hier bei mir. Der Unterschied zur Vierer-Version ist dramatisch in Sachen Geschwindigkeit und wie flüssig ich auch alleine irgendwelche Selektionen machen kann und ähnliches oder Items verschieben kann. Ähm, gefühlt ist das so, als ob man jetzt in einem Ego-Shooter von 20 Frames per Second auf 60 Frames hoch getunt ist. Das ist also eine schöne Sache. Allerdings müsste dafür ein hochauflösendes Trackpad haben. Ich weiß überhaupt nicht, wie es mit Mäusen aussieht am Mac, ob man dort den Effekt dann überhaupt irgendwie ansatzweise sieht und unter Windows, ähm, hat das leider überhaupt gar kein Äquivalent dazu. Das heißt also, dort müsst ihr mit der Geschwindigkeit leben, die ihr bisher auch hattet. Automatisches Layout und Einfärbung. Oh, das ist was Tolles. Das ist vielleicht mein Lieblingsfeature. Von denen werden noch etliche kommen. Ähm, was ist das? Egal, wie viele Tracks ihr habt, es wird jetzt immer ausgerechnet, wie hoch die insgesamt sind und es wird entsprechend gezoomt und platz gemacht. Das heißt also, ich füge jetzt mal zwei neue Tracks hinzu. Einfach mit Doppelklick links auf der Seite und dann seht ihr schon, ähm, es wird einfach das Ganze kleiner gemacht, sodass also alle Tracks entsprechend Platz haben dafür. Das Ganze funktioniert auch, äh, sogar wenn ich jetzt einfach mal einen Track hier runterziehe auf eine neue Spur. Ja, also während ich noch am rumziehen bin, äh, verändert sich im Hintergrund berechnet durch einen Demon, den wir dort einsetzen, die Spurhöhe. Das ist also ein bisschen der Stil, wie man ihn auch von Hindenburg kennt. Was ihr hier auch seht, ist, dass auch die Track Einfärbung jetzt komplett automatisch funktioniert. Also ihr könnt natürlich immer noch über Option C, äh, den, äh, äh, Color Picker einschalten und die Tracks automatisch, äh, oder, oder mit, äh, was auch immer für eine Vorgabe hier versehen. Ähm, unsere Empfehlung, äh, oder meine Empfehlung wäre aber jetzt, äh, durchaus den, den Automatismus zu nehmen. Der ist geschmacklich, äh, äh, gut ausgerichtet und führt eigentlich dazu, dass man immer einen harmonischen Farbverlauf hat. Ihr könnt das ein- und ausschalten und zwar in den Ultraschall-Settings habt ihr hier die Funktion Auto Color Tracks, Sonic Rain Boom und Auto Range Track Hate. Wenn ihr das also abgeschaltet habt, dann verhalten sich die Tracks wieder so wie vorher und sind alle gleich groß. Sobald ihr es einschaltet, wird das Ganze ordentlich durchgewuppt. Ähm, wenn irgendwann, ähm, ja, eine Sache noch, das Ganze betrifft, äh, auch die Envelopes, das heißt also auch wenn ihr jetzt hier, ähm, Mute Spuren oder ähnliches drin habt, werden die auch mit reingerechnet in die Höhe. Wenn ihr irgendwann mal dazu kommen solltet, dass die Sache doch verschoben ist, könnt ihr entweder einfach mal Envelopes ein- ausschalten, das reicht dann schon für eine neue Berechnung, oder aber ihr drückt einmal Option-Set, dann wird die Berechnung auch manuell durchgeführt. Dialoge mit Shortcuts schließen, das gilt sowohl für Windows als auch für Mac. Das heißt also, wenn ihr irgendeinen Dialog habt, ich nehme jetzt mal wieder unseren schönen Settings, könnt ihr den entweder mit Command-W, wie man es auf Mac kennt, oder Alt-F4 oder auch einfach mit der Escape-Taste schließen. Ja, da kommt man also schnell aus den Menüs wieder raus und muss nicht irgendwo auf den Schließen-Button gehen. Persistenz der Button-Zustände, das wurde einfach ein bisschen robuster gemacht, dass der Follow-Mode immer wirklich das anzeigt, was wirklich da ist. Direkt-Verlinkung im Welcome-Screen, das heißt also, wenn man Ultraschall das erste Mal startet, hier dann nachträglich auch unter Help & Documentation, Show Start-Screen. Da gibt es jetzt also hier entsprechende Links, dass man also dann bei unserem schönen Tutorial gleich auf den richtigen Einsprungort kommt. Das Tutorial wurde auch angepasst von den Texten und Grafiken her, sodass das also jetzt den aktuellen Fünferstand repräsentiert. Erweitertes Podcast-Menü, da haben wir einiges rumgeschraubt. Ja, also das Podcast-Menü ist ja immer der Dreh- und Angelpunkt dafür, den ganzen Workflow auch abzubilden. Das heißt also, es ist unterteilt in drei Bereiche, Setup, Recording, Production und dann noch Sonstiges. Und im Prinzip ist es nie eine schlechte Idee, einfach das Podcast-Menü von oben nach unten durchzugehen. So sind die Sachen also arrangiert. Wir haben da einiges noch umstrukturiert. Es gibt jetzt also beispielsweise eine Items-Sektion. In den Selections gibt es noch viel mehr, was man machen kann. Die Marker wurden aufgebohrt. Da könnt ihr also in Europa mal durchgucken. Insbesondere gibt es noch einen neuen interessanten Punkt Workflows. Zu dem komme ich aber später. Automatisches Speichern, auch eine schöne Funktion. Wurde vielfach gewünscht und da haben wir jetzt auch einfach mal umgesetzt. Und zwar, wenn ich ein Projekt lade, nehmen wir mal das hier. Das müsste ein paar Speicherpunkte haben. Und ihr dann hier unten links mal den Projektordner aufruft. Dann seht ihr, dass es hier einen neuen Ordner Backup gibt. Und in dem liegen Snapshots eurer ganzen Bearbeitungsschritte. Das ist jetzt hier mein Testprojekt, was ich ständig zum Debuggen offen habe. Von daher sind das hier wirklich, wirklich viele. Es werden, ich glaube, jetzt alle zehn Minuten wird eins angelegt. Das müssen wir noch am Timestamp hier entsprechend sehen können. Das heißt also immer, wenn irgendwann mal wieder erwarten, den Ultraschall doch brutalst abstürzen sollte, was es normalerweise nie tut, habt ihr zumindest maximal zehn Minuten verloren. Ihr seht, diese Dateien sind sehr, sehr klein. Das sind also 22 Kilobyte. Das sind also einfach die Dateien, in denen nur die Metainformationen über euren ganzen Schnitt und über eure Produktion gespeichert werden. Aber natürlich nicht die ganzen Audio-Files. Die werden ohnehin nie durch irgendetwas angerührt. Ja, Reaper und damit auch Ultraschall ist ja bekanntlich eine DAW, die nicht destruktiv arbeitet. Das heißt, eure Audio-Files bleiben immer so, wie sie sind. Und was immer ich hier mache, wenn ich jetzt also irgendwas schneide, beispielsweise, sind die Audios nach wie vor unverändert und es einfach nur jetzt in einer Projektdatei ist dieser Schnitt gespeichert. Das ist also grundsätzlich anders als beispielsweise bei Audacity. Darum könnt ihr auch bliebig lange Undos machen, alle Fehler, die ihr irgendwann mal gemacht habt, wieder korrigieren, jederzeit. Ja, also wenn ich jetzt hier diesen Schnitt gemacht habe und der Meinung bin, ja, war jetzt doch nicht so richtig gut, dann kann ich das dann nachträglich hier wieder reparieren. Ja, die Informationen sind nie weg, es ist immer alles da. Gut. Ultraschall Workflows komme ich gleich zu, wenn ich zu den einzelnen Features komme. Recording. Ripple Insert Recording. Das sind zwei Funktionen, die jetzt kommen, Ripple Insert und Pre-Roy Recording, die von Mio eingebracht worden sind, weil sie einfach in ihrer Podcast-Produktion schon relativ häufig das Szenario dazu hatte. Es wurde aber auch häufiger schon mal aus der Sendegate-Community nachgefragt und ich möchte mal kurz zeigen, wie das denn gemeint ist. Wir merken uns aber schon mal den Shortcut. Es gibt allerdings auch aus dem Menü raus Command Alt I, I wie Insert und das macht folgendes. Ich habe jetzt hier schon mal eine Folge ja aufgenommen und ich reduziere das mal der Übersichtlichheit halber auf eine Spur. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt also einen Solo-Podcast und ich möchte an der Stelle jetzt hier eine neue Aufnahme hinzufügen, weil da fehlt einfach ein Halbsatz oder da fehlt ein Satz. Ja, der klassische Schritt wäre gewesen. Ich mache einen Schnitt an der Stelle mit Alt-Links-Klick und schiebe mir das irgendwie aus dem Weg und fange jetzt hier an zu recorden oder recorde am besten ganz am Ende und schiebe dann das Pfeil rüber. All das geht jetzt einfacher. Ich positioniere also einfach den Cursor, den Edit Cursor mit einem Klick an die Stelle, wo ich das Recording haben möchte und schalte die Aufnahme scharf. So und jetzt entweder wählt ihr aus Podcast-Bereich Recording logischerweise extra Recordings, Ripple Insert Recording auf oder ihr merkt euch einfach den Shortcut. Das heißt also Command Shift I. Ich nehme jetzt mal den Shortcut. So und was jetzt passiert ist, es läuft los. Ich kann sprechen und ihr seht, wie also die Lücke immer größer wird, sobald ich Gefahr laufe, dort rein zu laufen. Jetzt kann ich also in aller Ruhe genau so lange dieses Ripple Insert Recording machen, wie ich meine. Sobald es fertig ist, gehe ich auf Stop. Und was passiert? Die Lücke wird wieder perfekt geschlossen und vorne und hinten landen zwei Edit Marker, sodass ich also dann auch hinterher in der Post-Production noch hingehen kann, um dann beispielsweise perfekt das Timing von dem Schnitt hier zu machen, sodass ich also dann genau das habe an Timing, wie ich mir das perfekt vorstelle oder ich möchte noch ein Crossfade machen oder wie auch immer. Das ist also das Insert Recording. Das andere ist ähnlich, nur quasi von hinten gedacht. Nämlich, dass es bei einer Aufnahme ja häufiger mal vorkommt, dass ich plötzlich irgendwo merke, okay, jetzt habe ich wirklich total Mist erzählt. Ich muss die Aufnahme abbrechen an dieser Stelle. Und es lohnt jetzt nicht irgendwie dann nur einen Edit Marker zu setzen, ja, so E Edit Marker, dann finde ich die mal wieder hinterher in meiner Markerliste, sondern ich möchte wirklich jetzt erstmal Schluss machen, mich kurz sammeln, den Satz vielleicht auch nochmal sauber überlegen und dann gleich nochmal reinsprechen und den alten falschen Satz aber überschreiben. Das ist jetzt auch sehr einfach möglich. Das heißt also, nehmen wir mal an, dieser Satz hier war falsch und zwar sinnvollerweise ab hier. Oder machen wir mal ein bisschen spannender, mal so an der Stelle. So, und jetzt mache ich also hier ein entsprechendes Recording hin, indem ich sage Extra Recording. Jetzt kann man entweder sagen mit Dialog oder ohne Dialog. Ohne Dialog, dann nimmt er genau die Position des Edit Cursors und macht einen sogenannten Pre-Roll. Das heißt also, er spielt das, was kurz vorher war, nochmal ab. Und ab der Stelle, wo ich jetzt hier geschnitten habe, kann ich da neu reinsprechen. So, hier wird jetzt also der alte Text einem vorgelesen. Und sobald er hier rüber geht, erst dort startet passgenau die Aufnahme. So, Safe Mode wieder eingeschaltet. Wir hatten in der 4er eine Sicherheitsabfrage weg, dass man versehen während einer Aufnahme durch Space oder Return die Aufnahme gestoppt hat. Das haben wir wieder eingeschaltet. Plus 18 dB Check deaktiviert. Sehr kurze lokale Feedbacks führt manchmal dazu, dass bei Reaper scheinbar erratisch Kanäle gemutet wurden, um irgendwie die Hardware zu schützen. Das haben wir jetzt auch wieder deaktiviert. Das heißt also, das sollte jetzt nicht mehr passieren. Und es gibt ein paar neue Actions, nämlich Toggle Mute, Mute und Unmute pro Track. Das ist wichtig, wenn man mit einem MIDI-Interface beispielsweise Mute-Steuerung, also Reuspa-Tasten, umsetzen möchte. Das war bisher ein bisschen knifflig, das mit den Actions zu modellieren. Und da hat Mio jetzt eine sehr einfache Variante gebaut, wie man sich aus den Actions heraus, die finden wir hier oben, Show Action List. Da könnt ihr als Filter Ultraschall sagen und dann Mute. Und dann seht ihr, das ist jetzt hier Mute Track 1 und Unmute oder Toggle Mute. Je nachdem, was ihr also braucht, könnt ihr einfach diese Actions dann euren MIDI-Devices zuordnen. Könnt ihr also entsprechend anlernen und habt dann, unabhängig davon, wie der restliche State ist, immer ein sehr stabiles Recording Setup. Editing. Einfache Lautstärkeanpassung bei Items. Oh, das ist mein Lieblingsfeature. Das habe ich mir ganz frank und frei bei Hindenburg abgeguckt. Und was macht das? Man kann damit sehr schnell und einfach Lautstärkeanpassungen umsetzen. Nehmen wir also mal an, ich habe jetzt hier diesen Abschnitt und den möchte ich insgesamt einfach lauter haben. Dann mache ich folgendes. Ich markiere das Item, drücke einmal V wie Volume. Dann seht ihr, es erscheint ja so eine grüne Volume-Linie. Jetzt markiere ich einfach mit Left Drag, also Ziehen der linken Maustaste, den Bereich, in dem ich was ändern möchte. Und ziehe die grüne Linie hoch oder runter. Und das kann ich jetzt total flüssig, beliebig, komplex hier umsetzen. Also man kann die hier, wenn man sie nicht muten möchte, kann man sie irgendwie leiser machen, weil es irgendwelche Pops sind. Ich habe hier zum Beispiel einen relativ lauten Peak drin. Den möchte ich also irgendwie auf das Niveau der anderen bringen, dass das nicht so poppt. Ja, so Poplaute wird man damit auch ganz gut los. Ähm, total schön. Ähm, glaube ich auch gar nicht viel mehr sozusagen. Ähm, total schönes Feature für gebaute Beiträge, ähm, um sehr schnell Lautstärkeanpassungen zu machen. Natürlich könnt ihr einzelne Punkte dann auch noch irgendwie verschieben und Detail anpassen. Also auch die Möglichkeiten habt ihr. Ähm, ihr könnt jetzt auch hier so einen nehmen und den quasi dann verschieben, könnt neue Punkte hinzufügen. Mit einem Doppelklick auf der Linie. Ähm, die Funktion gab es vorher auch schon. Aber dieses schnell einfach rüberziehen und dann in der Mitte greifen, ohne weitere Tasten drücken zu müssen. Das ist, glaube ich, schon extrem komfortabel. Ähm, ihr müsst natürlich bedenken, auf so einer Spur, wo ihr solche Modellierungen macht, macht es dann hinterher nicht mehr viel Sinn, unseren Ultraschall-Dynamics-Effekt hier drüber zu haben. Ja, weil der ja nun gerade solche Lautstärkeunterschiede wieder ausbügelt. Das heißt also, das ist wirklich nur was für gebaute Beiträge, wo man wirklich den ganzen finalen Mix selber unter Kontrolle haben möchte. Und, äh, dann sollte natürlich der Dynamics-Effekt entfernt oder einfach ausgeschaltet sein. Double-Ender. Das ist eine spannende Geschichte, aber ein bisschen experimentell. Double-Ender funktionieren ja so, dass ich zweimal dieselbe Aufnahme habe. Einmal lokal bei mir aufgenommen, beispielsweise über Studio-Link. Und einmal Remote, das heißt also, diejenige, mit der ich mich unterhalten habe, hat lokal bei sich eine Aufnahme mitgehabt. Und manchmal geht dann mit der eigenen Aufnahme dann doch irgendwas schief, irgendwo sind Knackser drin oder es gab mal irgendwelche Dropouts, weil das WLAN gestreikt hat, wie auch immer. Und dafür sind Double-Ender gut. Ein gängiges Problem ist jetzt aber, wie schaffe ich es, dass bei Double-Endern ich nachher kein Auseinanderlaufen von Spuren habe. Und da gibt es zwei Herangehensweisen von. Und die möchte ich jetzt mal zeigen. Ich mache jetzt hier mal eine neue Spur auf. Den brauchen wir nicht. Ich schiebe den mal zurecht. Vielleicht noch kurz ein Wort für diejenigen, die noch nicht so firm sind in Ultraschall. Wie verschiebe ich eigentlich eine Spur? Weil standardmäßig ist es so, dass sobald ich mit der Maus drüber gehe, das haben wir auch eben gesehen, ich eine Zeitselektion mache, mit der ich alles Mögliche anstellen kann. Aber wie kriege ich quasi eigentlich den Verschiebemodus hin? Dafür gibt es zwei Varianten. Und zwar oben entweder dieses Icon hier einfach abwählen. Danach seid ihr in einem Verschiebemodus und ihr könnt Zeitauswahl nur noch hier oben drüber machen. Aber nicht mehr über den Items. Das heißt also, die Items bewegen sich dann. Häufig ist das aber nicht wirklich gewünscht, weil nichts ist schlimmer, als wenn man durch irgendeine Unachtsamkeit einen winzig kleinen Versatz drin hat und dann plötzlich anfangen, Dialoge ganz schrecklich auseinander zu laufen. Das heißt also, normalerweise wollt ihr eigentlich diesen Modus hier aktiviert haben, dass ihr nicht aus Versehen irgendwas verschiebt. Und es gibt aber Maus Modifier. Das heißt also, wenn ich eine Taste drücke, dann kann ich trotzdem Dinge verschieben, unabhängig davon, was oben eingestellt ist. Das ist zum einen der Option oder Alt Key. Wenn ihr den gedrückt haltet, dann verschiebt ihr genau das Item, was ihr gerade mit der Maus angreift. Oder aber ihr nehmt den Command Key, dann verschiebt ihr auch alle anderen Items, die dahinter liegen, von allen anderen Spuren mit. Das ist also schon ein Unterschied. Da muss man gucken, was man eben gerade will. Wenn ich also schnell in einer Aufnahme Platz schaffen will, schneide ich einmal durch alle Spuren durch mit der Taste S und verschiebe dann beispielsweise mit dem Command Key halt alle Spuren. Schon habe ich irgendwie Platz, wohingegen ich mit dem Option halt wirklich die Spuren einzeln alle arretieren kann. Da ist vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wie man damit umgeht. Ich mache mal ein bisschen Undo hier. Schiebe die Spur wieder so, dass sie hier drunter ist. So, das wäre jetzt also der Optimalfall von einem Double Ender. Ich habe hier meine lokale Spur. Das hier war Studio Link. Wenn ihr hier rein tippt, könnt ihr in den Spuren entsprechende Texte, also Namen natürlich geben. Das solltet ihr auch immer tun, um da Überblick zu behalten. Und das hier unten ist also jetzt Remote Studio Link. Und das ist jetzt hier die perfekte Welt. Das heißt also, hier sind jetzt beide Spuren gleich lang. Das ist ab und an nicht der Fall, sondern die laufen zeitlich ein bisschen durcheinander, weil die Soundinterfaces unterschiedlich schnell sind. Und dafür haben wir jetzt zwei Varianten, wie man das lösen kann. Das erste ist, wenn der Versatz gleichmäßig ist. Das heißt also, wenn über eine Stunde Podcast, die insgesamt hinterher um 30 Sekunden auseinanderlaufen. Aber es ist wirklich ein gleichmäßiges Auseinanderlaufen. Also jede Minute 30 Sekunden. Nee, 0,13 Sekunden. Egal. Dann positioniert ihr von der Spur, die ihr anpassen wollt, positioniert ihr hier den Cursor. Da, wo irgendwo ein gut sichtbares Sound Event am Anfang ist. Und geht jetzt auf Workflows, Double Ender und wählt dann hier unten Add Stretch Marker, Add Cursor oder Shift W. Dann entsteht jetzt hier so ein Punkt. Und dasselbe macht ihr am Ende. Das heißt also, wo am Ende nochmal irgendwo ein Plopp ist. Profis machen das natürlich dann so, dass sie hingehen und dann vielleicht einfach wie früher beim Film mit so einer Klappe einen Start Sound und einen End Sound haben, um solche Sachen gleich verbinden zu können. So, und was ihr jetzt machen könnt, ist folgendes. Ihr nehmt, ihr habt jetzt diese beiden Punkte und könnt den jetzt Time-Stretchen. Das heißt also, ihr könnt den jetzt kürzer oder länger machen, je nachdem was ihr braucht, um ihn also korrekt auszurichten. Das heißt also, in einem ersten Schritt sorgt ihr dafür, dass der Anfang gleich ist. Ja, das richtet ihr dann also einfach entlang der Peaks hier aus. Und das Ende könnt ihr dann einfach hier mit dieser Time-Scratching-Funktion auch so ausrichten, dass ihr hinterher ein perfektes Matching habt. Dabei wird nicht die Tonhöhe angefasst. Das heißt also, die bekommen dann keine Mickey-Maus-Stimme, sondern es bleibt ganz normal in der Tonhöhe. Es wird halt einfach nur ganz, ganz leicht und unhörbar das Tempo angepasst. Es gibt aber auch einen komplizierteren Weg oder einen komplizierteren Fall vielmehr, nämlich dann, wenn die Sachen ungleichmäßig auseinander laufen. Und das passiert eben auch zuweilen. Das heißt, es gibt nicht einen gleichmäßigen Versatz, sondern hier fehlt mal eine Sekunde, dann war alles wieder synchron, dann fehlt da mal wieder eine Sekunde. Und was macht man in so einem Fall? Bisher war es so, man musste ganz viel zerschneiden. Also beispielsweise jetzt hier mit Shift-S mache ich einen Cut auf diesem Item hier und schiebe das dann im Vergleich zum vorherigen wieder optimal durch die Gegend. Das ist natürlich beliebig mühsam. Und dafür haben wir jetzt einen Automatismus, der vielleicht manchmal funktionieren wird, vielleicht auch manchmal nicht. Das müsst ihr einfach mal ein bisschen selber ausprobieren. Auf jeden Fall gibt es dazu jetzt einen entsprechenden Workflow. Das heißt also, der Gedanke von Workflow ist es, Dinge, die nicht so komplett intuitiv sind, nochmal abzubilden in so einer Schritt-Anleitung. Schritt 1 bis Schritt 9 haben wir jetzt hier beispielsweise. Schritt 1, move the remote track beneath your local track. Das haben wir schon gemacht, dass sie also beide auf direkt übereinander liegenden Tracks unterwegs sind und der, den ich anpassen möchte, muss drunter liegen. Select Items on both tracks to align. So, das machen wir jetzt also. Die beiden Items sind jetzt hier ausgewählt, die ich anpassen möchte. Ich schiebe das nochmal ein bisschen weg, damit ich hier insgesamt ein bisschen Platz habe, damit der ganze Effekt besser zu sehen ist. So, mit der Shift-Taste, gedrückter Shift-Taste kann man nacheinander Elemente hinzu anwählen oder auch abwählen. Jetzt können wir sie mit Command dann wieder abwählen. Jetzt will ich aber keine Time Selection haben, sondern so will ich es haben. Jetzt gehen wir da rein in den Workflow. So, jetzt haben wir Slice Selected Items and Remove Silence. Das ist eine Funktion, die wir in der 4er auch schon drin hatten. Er berechnet jetzt auf diesen Items, wie laut sind die, normalisiert die durch auf minus 23 LUFS. Das werden wir auch hinterher nochmal sehen. Und bietet mir jetzt eine Option, da muss ich jetzt auch gar nicht mich hier groß mit den Settings auseinandersetzen. Geht einfach dann hier auf Split. Und jetzt habt ihr also alle Passagen, in denen wirklich gesprochen wird, auseinander geschnitten. Wohingegen die anderen Passagen, in denen also dann der andere Sprecher entsprechend spricht, da oben, so entstehen dann sogar quasi hier die Lücken, die sind nach wie vor noch da. So, und jetzt könnt ihr entweder von Hand die Sachen justieren, das ist schon mal deutlich einfacher als vorher dann. Oder aber ihr versucht eben mal unsere Automatik. Und das funktioniert so, indem ihr dann sagt, Check for Errors, das ist nochmal wichtig. Der Algorithmus dahinter funktioniert halt nur, wenn beispielsweise die Anzahl an Items gleich ist in den beiden Spuren. Das heißt also, wenn dann die Remote-Spur doch so kaputt war, dass da wirklich mal komplette Satzbereiche irgendwie fehlen, dann kann es sein, dass der noch einfach unterschiedliche Anzahl an Items hat. Dann müsste man das vorher händisch korrigieren. Ob das dann wert ist oder ob man es dann nicht gleich händisch schiebt, lassen wir mal da hingestellt. Aber ich denke, in dem einen oder anderen Fall könnte es schon so funktionieren. So, und jetzt habt ihr die Funktion Align Selected Items Across Tracks. Das heißt also, ihr habt alle Items selektiert. Wenn ihr die Selektion irgendwie mal aufgehoben habt, beispielsweise mit Escape. Escape hebt immer alles auf. Das ist der einfachste Weg, so etwas neu zu selektieren. Hier in dem Fall den Right-Track. Das heißt also, rechte Maustaste oder zwei Tasten auf dem Trackpad. Dann einmal ganz rüber gehen hier und dann loslassen. Dann sind auch alle selektiert. Und dann wählen wir das mal aus. Ich zoome mal ein bisschen weiter rein und ich verschiebe mal einfach jetzt hier mal ein paar Items ein bisschen. Das heißt also, um genau diesen Effekt mal zu simulieren. Und jetzt selektieren wir die. Das obere ist, wie es sein soll. Das untere ist, wie es falsch war. Und jetzt gehe ich auf Align und schwupps. Neun Items were aligned. Es ist also egal, ob sie zu früh waren oder zu spät waren. Er hat sie entlang der Anfänge zusammengeschoben. Das wird nicht immer funktionieren, aber experimentiert mal ein bisschen damit rum. Experimentiert dann vielleicht, wenn ihr ganz schlechte Ergebnisse habt, auch nochmal mit diesem etwas umfangreicheren Dialog, den ich ja vorhin hatte, zum Zerschneiden der Items. Das steht und fällt halt alles damit, ob die Spuren dann doch annähernd gut noch gleichmäßig da sind oder nicht. Ein bisschen Spielraum hat man da, aber es ist am Ende des Tages halt ein experimentelles Feature. Spektralansicht der Wellenform. Mit Command-Shift-H kann nun eine Spektralansicht umgeschaltet werden. Das können wir einfach mal ausprobieren. Command-Shift-H. Dann sehen wir, dass jetzt plötzlich die Items eingefärbt sind und ich sehe, wo quasi Höhen und wo Tiefen sind. Das hat so ein bisschen das Halsversprechen, dass man damit so P-Laute oder Bassrumpler lauter sehen kann. Ob das wirklich der Fall ist, bin ich mir immer nicht ganz so sicher, aber könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen, ob das für euch hilfreich ist. Das ist einfach eine Reaper-Funktion, die wir jetzt hier mal auf den Shortcut gelegt haben. Prepare All Tracks bedient jetzt unsere neue Effektkette. Zu der komme ich später. Und ihr werdet nochmal aufgefordert, sobald ihr das Recording beendet und ihr noch Studio Link Tracks drin habt, auf jeden Fall zuerst in der Web-Oberfläche die Studio Link Sessions zu schließen. Können das mal einfach nur mal eben simulieren. Ich mache mal ein neues Projekt. Erstmal mit einer lokalen Spur und dann mit einer Studio Link Spur. Der einfachste Weg ist jetzt hier einen Rechtsklick zu machen. Dann habt ihr direkt hier Insert Studio Link Track. Ihr könnt aber auch auf Podcast und Insert Studio Link und Soundboard Tracks gehen und das dann hier auswählen. Ich nehme jetzt auch mal den Weg. Dann wird hier automatisch der Effekt geladen. Studio Link fährt hoch. Und nochmal ein sehr einfacher Weg. Soundcheck kommen wir gleich zu. Ein sehr einfacher Weg, jetzt noch mehrere Studio Link Tracks anzulegen, ist einfach über Copy-Paste. Das ist also so markiert, einfach die Spur hier. Einmal Command-Copy und dann so oft Command-V, wie ihr halt lokale Spuren haben wollt. Ihr seht, das wird richtig eingefärbt, das wird zusammengerückt. Und in Studio Link habt ihr dann, wenn ihr dann jemand anruft. Gucken meistens klappt das jetzt immer nicht in dem Zusammenhang. Habt ihr dann die ganzen Spuren auch alle, alle schön beieinander. So und wenn ihr jetzt halt sagt, prepare all tracks for editing, dann fragt ihr euch als erstes. Warning, es gibt fünf Studio Link Tracks und bitte, bitte schalte dort erstmal ab. Das heißt also, dann geht ihr hier hin. Und jetzt habe ich den Anruf noch nicht gestartet, aber ihr würdet dann also auflegen. Entsprechend stehen. Denkt dran, den auf jeden Fall vorher aufzulegen. Es kann ansonsten zu sogenannten Race Conditions kommen, das nämlich hier prepare all tracks for editing versucht, Effekte auf den Spuren wegzunehmen, die allerdings der Browser noch erwartet. Und dann kann es im seltenen Fall zu einem Reaper Crash kommen. Daten sind dann keine weg. Das heißt also, eure Aufnahme ist noch da. Alles schick. Aber trotzdem denkt da einfach dran. Das nächste, was dann hier passiert ist, dass man jetzt auch speichern muss sein Projekt, nachdem man prepare all tracks for editing gemacht hat, damit eben wirklich dieser Stand einmal karbonisiert ist. Ja, und man da nicht irgendwo in Probleme reinläuft. Einfacher Ripple Cut. Da habe ich nochmal eine Sache vereinfacht. Und zwar so eine der am häufigsten genutzten Schnittfunktionen überhaupt ist ja das gleichzeitige Schneiden über alle Tracks. Also beispielsweise habe ich jetzt hier meinen Podcast und ich habe zwei Edit Marken und die habe ich gesetzt, weil ich gewusst habe, dass hier in dieser Region einfach irgendwie Unfug erzählt wird. So, bisher war es so oder ist auch immer noch so, dass man das mit Command X macht. Das heißt also, ich markiere das, was ich über alle Spuren löschen möchte, drücke Command X und dann wird die Lücke geschlossen und der entsprechende Bereich wurde rausgeschnitten. Dasselbe kann ich jetzt, weil es einfach noch ein bisschen intuitiver ist, auch mit der Backspace-Taste machen. Das heißt also, muss ich auch nicht mehr Command X merken, sondern einfach Zeitselektion, Backspace wird rangerückt, weil das einfach so der 0815-Schnitt ist. Die zweite Funktion, die man immer auf dem Schirm haben sollte, ist ja Mute. Das heißt also, wenn ich sehe, hier sind so kleine Holperer drin, die will ich gar nicht drin haben. Einfach über der Spur drüber gehen, Command Y machen und dann wird entsprechend eine Mute-Funktion gesetzt hier. Die kann man sich hier über den Envelope-Button, kann man immer die bestehenden Spuren ein- und ausschalten. Das heißt, sie wird natürlich nicht gelöscht, sondern die besteht nach wie vor. Und damit kann ich sehr schnell entsprechend Passagen weg muten, die ich nicht haben möchte. Und über der Spur, über der ich drüber ziehe, das ist die, auf die sich das dann bezieht. Die Mute-Funktion wurde nochmal tüchtig debugged. Das heißt also auch solche Sachen wie, ich erweitere eine Mute-Funktion oder hebe sie wieder auf. Das war Command Shift Y. Damit kann ich also auch einen Bereich aus dem Mute wieder rausholen. Das ist jetzt alles hoffentlich total super stabil. Das heißt also, egal was ihr dort wie macht, die Spuren sollten immer richtig sein. Die Mute-Punkte kann ich natürlich auch von Hand setzen und anpassen. Und wenn mir das alles hektisch ist, blende ich sie einfach wieder aus. Ripple Cut mit Kontrolle. Das wurde im Sendegate auch gefordert, ob das nicht möglich war. Und da es nicht besonders schwierig ist, habe ich es einfach mal gebaut. Das heißt also, wenn man zu dem bekannten Command X noch das Alt hinzunimmt, dann wird der eben gemachte Schnitt nochmal vorgehört. Oder nachgehört vielmehr. Ja, weil Vorhören hatten wir schon immer drin, nämlich über die P-Taste. Das heißt also, ich habe irgendeinen Bereich selektiert. Habe vor, den zu schneiden. Drücke ich einmal P. Dann wird vorher abgespielt. Ich zoome mal ein bisschen weiter rein, damit man den Effekt richtig sieht. Dann mal hier. So, wenn ich jetzt P drücke, springt er also zwei Sekunden nach vorne, überspringt dann die Zeitauswahl und macht dahinter weiter. Ja, das ist also die Vorauswahl von, oder das Vorhören von Schnitten, die wir schon immer hatten. Wir haben in den Ultraschall-Settings dafür im Tab General auch die Pre-Roll-Time kann ich hier einstellen. Wenn ich also sage, ich möchte jetzt irgendwie, das sollen sechs Sekunden sein. Dann werden wir sehen, dass dann jetzt also das P weiter nach vorne springt, als es eben der Fall war. Jetzt höre ich also die letzten sechs Sekunden. Da kann man ein bisschen experimentieren. Also ungeduldige Naturen haben dann da einen eher kurzen Weg. Standardmäßig sind ungefähr zwei Sekunden eingestellt hier. So, und der Wunsch war, das auch nachträglich noch machen zu können. Das heißt also, ich mache jetzt nicht Command X, sondern Command Alt X. Der Schnitt wird erfolgt und es wird jetzt um den Betrag nochmal zurückgesprungen und ich habe denselben Schnitt nochmal. Ansonsten, die Alternative, wenn man das nicht macht, ist quasi, dass ich jetzt hier sagen kann, das möchte ich jetzt rauslöschen. So, und dann wird also dann einfach flüssig weitergemacht an der Stelle, wo ich vorher war. Vereinfachte Schnittfunktion mit Mausklick, das ist auch lästig. Und zwar ist das gut, um schnell und einfach ein Item trimmen zu können. Wie funktioniert das? Wir haben eben schon gesehen, mit Alt-Klick kann ich einfach einen Schnitt auf einer Spur durchführen. Mit Alt-Dreck kann ich sie verschieben. Und jetzt möchte ich vorne und hinten noch was schnell abschneiden. Das kann man schon immer machen, indem man einfach jetzt hier sich die Seite greift und das hier entsprechend reinschiebt. Aber ihr seht schon, hier ist es schon ganz schön lästig, daran zu kommen. Das geht jetzt auch einfacher. Nämlich hinten kann ich mit Command-Shift-Linksklick einfach das Item abschließen und von der linken Seite her mit Option-Shift-Linksklick. Und damit kann man also ganz schnell und ohne großes Bohai sich seine Items zusammen cutten. Und wenn irgendwann mal was daneben gegangen ist, kann man es ja immer noch ganz einfach korrigieren. Es gibt dann noch zwei neue Shortcuts, nämlich mit Command-Doppelklick macht man eine Normalisierung auf minus 23 LUFS, die zunehmend wichtiger wird. Ich mache einen Doppelklick drauf, damit jetzt nur dieses Item hier entsprechend auf die einheitliche Processing-Lautstärke normalisiert. Und jegliche Art von Normalisierung aufheben kann ich mit Alt-Command-Alt-Doppelklick. Command-Alt-Doppelklick, dann werden die selektierten Items wieder zurückgesetzt. Es gibt in der Actions-Liste, die erreicht man über Alt-Komma, noch weitere neue Schnittfunktionen, die man sich auf Shortcuts legen kann, wenn man möchte. Und nach all den Jahren, es gibt magnetische Kanten und diesmal überall und in funktionierend. Das heißt, wenn ich jetzt also hier ein Item habe, das ich jetzt also irgendwo hin verschieben möchte, verhält sich das jetzt endlich so, dass ich hier magnetische Greifpunkte habe, die egal ob vorne oder hinten oder am Edit Cursor überall entsprechend angreifen. Das heißt also, das Verschieben von Items ist jetzt oder das Aneinanderpappen von Items ist jetzt viel, viel stabiler dadurch geworden, auch über sämtliche Spuren hinweg. Alles kann man jetzt überall magnetisch dranpappen. Mixing. Eine Funktion, an der ich jetzt wirklich komplett seit Dezember gearbeitet habe und bestimmt netto einen Monat reingesteckt habe, ist die Mixing-Pipeline nochmal komplett neu zu denken. Ich hatte das im Dezember schon mal in dem Teaser-Video angesprochen und jetzt ist es aber nochmal drei Umdrehungen professioneller geworden. Wie ist der Grundgedanke davon? Ich habe jetzt hier meinen Podcast und der Grundgedanke ist der, dass ich eben im Prinzip ein ähnliches Verfahren haben wie früher. Das heißt also, ich habe unseren Dynamics-Effekt, der leise gesprochene Passagen anhebt, sehr laut gesprochene Passagen etwas absenkt und dann noch als Noise-Gate fungiert. Das heißt also, Dinge, die eigentlich nur rauschen sind oder irgendwie Raumklang oder ähnliches, dass die entsprechend rausgefiltert werden. So, das hatte aber das eine oder andere Problem und so das größte Problem war eigentlich, wenn Leute gleichzeitig gesprochen haben, weil auf jedem dieser Tracks hatte man dann halt seinen Ultraschall-Dynamics-Effekt und die haben sich in der Summe dann nochmal addiert und es gab zwar auf dem Master-Track dann auch immer einen Limiter oder da sollte einer gewesen sein, aber das führte dann doch dazu, dass es hier und da mal eine leichte Verzerrung oder ein leichtes Clipping gab. Und jetzt haben wir einen Workflow nochmal entwickelt, der also komplett robust ist dagegen. Und wie funktioniert der? Ich nehme mal einen Ausschnitt nur, nicht den ganzen Bereich, schneide also mal mit Shift-S mal hier in den Bereich raus. So, und das Erste, was man jetzt also machen sollte, ist, es gibt eine neue Aktion, die da wo heißt, auch im Workflow. Ultraschall-Amp für Automated Mixing Pipeline und an der orientiert man sich einfach. Schritt 1 ist, selektiere alle Items, die jetzt für diese Lautstärkeanpassung genommen werden sollen. Normalerweise wären das jetzt einfach mal so hier beide Spuren. Es mag aber in dem Fall sein, dass man unten drunter noch ein Soundboard hat. Mit der Tab-Taste kann man ja unser Soundboard einfügen. Wenn es nicht gleich sichtbar ist, dann nochmal Tab drücken. Und damit kann man ja sehr schön Sounds reinholen. Ich kann mal eben, wenn man das auch einmal gesehen hat, das mal ein bisschen befüllen. Das sind jetzt also dann entsprechende Jingles, die ich hier abfahren kann. Ich kann auch so eine View nehmen. Ich sehe, hier werden sogar Wellenformen auf angezeigt und so weiter. Das hat ja dann den programmiert. Das ist aber im Wesentlichen dasselbe Soundboard, wie es zur 4er-Version auch war. Beim Soundboard möchte ich aber beispielsweise, wenn ich da Musik einspiele, möchte ich nicht diese ganzen Automatismen haben, was Lautstärkeanpassung angeht, sondern das Soundbett möchte ich meistens schon nach Gehör mischen oder von Hand mit einem Ducking versehen. Das heißt also, wenn eine Sprache drüber ist, ist das Absenken. Beispielsweise mit der neuen Lautstärkefunktion, die ich vorhin gezeigt habe, wo ich also einzelne Segmente einfach ein bisschen absenken kann. Ich lösche das Soundboard jetzt mal wieder weg. Das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Aber darum wird also nicht immer alles prozessiert, sondern man kann sich schon sehr genau aussuchen, welche verschiedenen Elemente möchte ich jetzt in diese neue Mixing-Pipeline reingeben. Sagen wir jetzt also mal, diese beiden Abschnitte hier sollen jetzt daraus erfolgen. Gehe ich also in meinen Workflow rein. So, selektiert haben wir. Und jetzt kommt wir an, ist erstmal wieder eine Normalisierung auf minus 23 LUFS, in dem ihr das durchrechnet. So, und das ist der Moment, wo ich bisher, als ich noch nicht so viel wusste, immer ein bisschen nervös geworden bin, weil man sieht, dass durch diese Normalisierung hier die Sachen schon verdächtig weit nach oben mal irgendwo an den Anschlag gehen. Und ich hatte schon immer die Befürchtung, dass also über, hier sieht man sehr schön, dass durch so eine Normalisierung hier jetzt einfach mal ein Clipping produziert wird. Fear not. Das war einfach eine Fehlannahme meinerseits. Die ganzen Informationen sind halt noch da. Das heißt also, wenn ich hier an der Oberkante des Items mal die Lautstärke für dieses Item anpasse, das geht mit, so, treffen, ziehe ich die Lautstärke runter, und da sehen wir, die Form ist total okay. Da ist überhaupt nichts an Informationen weg. Sie ist jetzt einfach nur hier halt quasi innerhalb dieser Spurhöhen-Visualisierung ist hier an dieser Stelle scheinbar ein Clipping. Und wenn man sich da etwas reinliest in das ganze Thema, dann wird man relativ schnell beruhigt, weil nämlich Reaper intern eine 64-Bit-Tiefe für die komplette Audio-Processing-Kette hat. Das heißt also, ihr habt ein Headroom, was jetzt hier einen Nicht-Clipping-Bereich angeht, von ungefähr Faktor, das ist nicht 1000, das ist auch nicht 10.000, das ist auch nicht 100.000, das ist irgendwo schon wieder in diesem Bereich mehr Atome, als im Universum sind. Also merkt euch einfach, es ist völlig unmöglich, durch irgendeine wie auch immer geartete Effektkette Reaper zu einem Clipping zu bringen. Das kann nicht passieren. Das ist naturwissenschaftlich ausgeschlossen. Was passieren kann, ist, dass wenn ihr das Ganze hinterher rausrendert auf 16-Bit MP3, dass dort dann Clipping auftritt, wenn ihr also vorher alles sonst wie durch die Gegend prozessiert habt. Das heißt also, macht euch keine Gedanken darum, wie diese Waveform hier aussieht, ja, und wenn solche Effekte hier auftauchen, aber macht euch Gedanken, wenn ihr rendert. So, beziehungsweise die müsst ihr euch nicht machen, weil die Gedanken habe ich mir ja alle gemacht. Das heißt also, was ist jetzt das richtige Vorgehen? Ihr geht also jetzt wieder raus hier, damit wir also hier entsprechend in diesem Bereich sind und machen jetzt einfach den nächsten Schritt in unserer Workflow-Kette. Select Tracks for the Amp. Das heißt also, jetzt macht nicht mehr die Items, sondern jetzt hier an dieser Stelle dann die entsprechenden Kanäle auswählen und dann drückt man einfach auf Set Amp, Automated Mixing Pipeline FX on Selected Tracks. So, dann passiert jetzt zweierlei, das nämlich so nicht schon vorhanden, und in unseren ganzen Presets ist es natürlich vorhanden, überall der Ultraschall-Dynamics-Effekt zum Einsatz kommt, und zwar mit einem neuen Preset, Input minus 23, Output minus 20. Also auf beiden Kanälen, hier auf beiden Effektkanälen, ist der entsprechend richtig geladen. Es gibt hier noch andere Presets, wenn man das hier auswählt, aber den, den ihr also haben wollt, für diese Effektkette, ist von minus 23, weil auf die haben wir es normalisiert, und das Target ist etwas lauter, aber nicht viel lauter, nämlich minus 20 LUFS. Damit aber immer noch eigentlich zu leise für das, was wir normalerweise im Podcast gerne haben, nämlich minus 16 oder minus 18. Das heißt also, da fehlt noch was. Aber wir haben jetzt dadurch, dass wir quasi beide jetzt erstmal nur maßvoll anheben, haben wir einfach ein bisschen Puffer dafür, dass wir eben bei Übersprechungen und Leute lachen gleichzeitig einfach ein bisschen Headroom haben. So, und der wird jetzt genutzt von einem komplett neuen Modul, was ich programmiert habe, nämlich einem LUFS-Loudness-Meter. Es gab immer schon mal im Schnitt-View die Option, dass ich ein Item selektieren kann und mir von dem hier unten über Loudness die Loudness rausgeben lassen kann. Dann bekomme ich jetzt also den Wert, dass das also hier bei minus 23 ist, was wenig überraschend ist, weil darauf haben wir es eben normalisiert. Mein Effekt misst das Ganze jetzt in Realtime. Das heißt also, ohne dass man irgendwo das erst auswählen muss. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr Platz. Der ist also auch responsiv. Das heißt also, der vergrößert sich hier mit. Und wenn ich jetzt einfach mal die Aufnahme laufen lasse, dann sieht man, dass jetzt hier ein Messbalken losgeht und der jetzt anfängt, die integrierte Lautheit zu messen. Was ist die integrierte Lautheit? Die ist von einem Startpunkt, obwohl man quasi sagt, miss jetzt, beliebig lange in die Zukunft. Das heißt also, er berechnet also jetzt immer wieder neu den Mittelwert. So, und jetzt kann man sich ein bisschen wundern. Wir haben also hier die Skala und wir sehen es jetzt hier schon so bei minus 16,7 im Mittelwert über die ganze Strecke, die wir jetzt bisher gelaufen sind. Wenn er ans Ende kommt, fängt er wieder von vorne an. Wir hatten ja bei beiden Tracks auf minus 20 jetzt eigentlich hochoptimiert. Das heißt also, hier kann man jetzt auch noch mal reingucken. Ja, der Dynamics ist jetzt also hier werkeln. Warum ist er dann schon auf 16? Weil ich das schon mit eingepreist habe und der jetzt schon ein Gain von 4 noch mal bekommt. Das heißt also, die sind bisher auf minus 20, beide in etwa gelevelt und bekommen jetzt noch mal 4 Lautheit drauf und dann ist man logischerweise bei 16. Entsprechend ist halt hier das LOFS-Target bei 16 eingestellt und dann sehen wir, dass jetzt also hier in dieser Passage das auch schon hinlänglich gut erreicht wird. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte ein bisschen audiophiler sein und möchte lieber ein 18er haben, dann stellt man ihn einfach runter und dann sieht man, dass er jetzt den Gain angepasst hat. Der ist jetzt also nur noch minus 2,7. Ich könnte ihn jetzt auch manuell auf 2 machen. Ich kann das also hier manuell auch nachziehen. Und dann sieht man, dass er also nach einer Anfangsphase, wo er einfach jetzt zufälligerweise gerade leise Passagen hat, danach dann sehr schnell dann auch in diesem neuen Zielkorrego drin liegt. Man kann das Ganze jetzt auch irgendwie mal ins andere Extrem treiben. Das heißt also, ich mache den jetzt einfach mal viel zu laut. Dann sieht man, wird es erst gelb. Das heißt also, das ist eine Warnung und dann geht es in einen roten Bereich rein, sodass also klar ist, nee, so ist das nicht gemeint. Entsprechend will man dann also lieber wieder den Standardwert haben. Ihr seht, dadurch, dass ich jetzt so viel rot gemacht habe, dass er sich jetzt von der Mittelwertberechnung natürlich nur sehr langsam wieder erholt. Um das zu beschleunigen, könnt ihr unten links einfach einmal auf Reset gehen. Dann wird erst ab diesem Punkt quasi die Lautheit wieder eingemessen. Das heißt also, das Ganze ist eine Kombination aus einem Analysewerkzeug auf der einen Seite und einem extrem guten Limiter-Effekt auf der anderen Seite. Zu dem komme ich dann gleich nochmal. Hier unten habt ihr noch Match Gain. Damit könnt ihr quasi aufgrund des gerade gemessenen euer Target nochmal richtig einstellen. Also in dem Fall, wenn ich jetzt hier drauf drücke, wäre es dann also jetzt nur ein Gain von 2,6. Braucht ihr normalerweise aber nicht, weil ihr ja vorher schon eigentlich einen Mittelwert berechnet habt. Und man kann einfach damit leben, dass in einem Podcast mal eine Schwankung von plus 1 dB über die ganze Laufzeit auch mal einfach irgendwo auftritt. Es ist nämlich häufig so, dass die Leute am Anfang sehr laut und dynamisch reden und nach hinten raus werden sie einfach müde und leiser. Das fangen wir ja weitestgehend ab, eben hier durch die Dynamics-Effekte, aber eben nicht zu 100%. Ein bisschen der ursprünglichen Dynamik lassen wir drin. Und ich würde immer sagen, das ist auch total okay so. Von daher, ich mache wahrscheinlich nochmal eine Einzelfolge, in der ich nochmal auf ein paar andere Details eingehe, was hier die DM-Logik angeht. Aber für 99% von euch da draußen könnt ihr all das wieder vergessen, was ich jetzt hier erklärt habe. Aber schön, dass ihr es mal gesehen habt. Folgt einfach diesem Workflow. Das heißt also, nehmt eure Sprachspuren, normalisiert die, drückt, markiert alle Spuren, auf die das sich auswirken soll. Wahrscheinlich sind es alle bis auf das Soundboard. Geht auf diese Sätze die Effekte-Funktion. Wählt vielleicht noch euer Target aus. Standardmäßig stimmt es aber auch schon mit minus 16, würde ich sagen. Ist nach wie vor ein guter Wert. Das heißt also, ihr müsst überhaupt nichts drehen, ihr müsst nichts analysieren, ihr müsst euch nichts angucken. Macht es einfach so. Der große, große Fortschritt oder der zweite große Fortschritt neben, es klingt fantastisch, ist noch, dass ihr diese Funktion hier jetzt mit ziemlicher Sicherheit auch nicht mehr und nur noch sehr, sehr selten braucht. Das heißt also, die Anpassung des Noise-Floors, mit dem ich die Abtrennung zwischen Rauschen und Sprache ja einstellen kann, die braucht ihr eigentlich vermutlich auch nicht mehr, weil das durch die minus 23 Normalisierung eigentlich schon, so würde ich sagen, auch 80 bis 90% abgefedert wird. Ich habe also wirklich viel Material getestet, sehr unterschiedlich, Vorausschlüsse und Qualitatives und würde sagen, mit der Standard-Pipeline sollten die allermeisten von euch wirklich extrem gut hinkommen. Also das ist jetzt eigentlich so Fire and Forget wie Auphonic nutzen. Da fangt ihr auch nicht an, irgendwelche einzelnen Regler zu schieben. Ja. Das Ganze ist dann hier auch nochmal im Text erklärt. Neue Effektsammlung für Spuren. In letzter Zeit ging wieder häufiger mal im Sendegeld rum, wow, Isotope hat irgendwie Ramsch-Aktionen und verkauft seine Effekte statt für 500 Euro nur für 100 Euro. Da habe ich mich nochmal ein bisschen auf die Suche gemacht vor The Rest of Us. Was gibt es eigentlich so im Repo-Universum an Effekten, die man vielleicht stattdessen nutzen könnte und die, insbesondere wenn unser Target am Ende ja nur mal ein hochkomprimiertes MP3 ist, eigentlich genauso gut klingen, sodass man also in einem H-B-Blind-Test eigentlich bin ich relativ sicher keinen Unterschied hören könnte. Und da habe ich in der Tat ein paar Sachen gefunden und auf die würde ich jetzt nicht allzu lange eingehen, sondern die würde ich nochmal dann ausführlicher vorstellen in einem separaten Screencast-Folge. Die findet ihr hier unter Best of Breed. So, ein, zwei kurze Highlights möchte ich aber trotzdem mal machen. Hier haben wir beispielsweise mal einen grafischen EQ. Jetzt schaut doch mal, wie schick das aussieht. Die Profis unter euch werden das erkennen, das ist an FAP-Filter angelehnt und das klingt genauso gut und es hat genau dieselben Features. Das heißt also, die ganzen Funktionalitäten sind hier wirklich ziemlich eins zu eins nachgebaut. Die Programmiersprache, in der übrigens diese Effekte alle gebaut sind, ist IL-Swipe. Die habe ich für euch jetzt auch mal gelernt. Jedes Jahr eine neue Programmiersprache. Smooth Limiter. Das Teil ist Gott. Das ist der beste Limiter-Effekt, den ich gefunden habe und ich habe ungefähr zwölf, glaube ich, getestet, um genau dieses Problem von was macht man mit Dingen, die einfach dann doch bei einem Rausrennern ins Clipping reingehen würden. Und dieser Effekt ist deshalb so schön, weil man hier sehr gut sehen kann, wie der Limiter-Effekt eigentlich eingreifen würde. Das heißt also, ich sehe hier so meinen Korridor, der hier eingemalt ist und ich sehe, wie die eigentliche Lautheit ist und überall, wo es überall und drunter weg ist, greift der entsprechende Limiter und reduziert das Signal. Das sieht man also dann hier ganz gut. Und man hört da wirklich nichts von. Der ist so weich und so schön geschmeidig, dass also egal, was ihr da wie reinschreit, macht euch keine Sorgen, der wird euch retten. Da müsst ihr euch aber auch gar nicht drum kümmern, weil ich habe den adaptiert. Das Ganze ist ja Open Source. Das heißt also, man kann sich diese Effekt-Quellcodes auch wirklich einfach angucken, wie sind die eigentlich gebaut, was ist die Mathematik dahinter, die einfach auch wissenschaftlich publiziert ist. Und habe den dann in diesen Effekt hier mit reingebaut. Das heißt also, wenn ihr euch den Source-Code hier von dem Effekt anguckt, der ist jetzt schon relativ umfangreich, dann habt ihr also dort genau den Limiter drin verbaut, den ich gerade eben gezeigt habe, nur die ganze GUI nicht, weil die brauchen wir an der Stelle einfach nicht. So, Spectrum Matcher ist noch ein ganz interessanter Effekt mit einer Lernfunktion. Damit könnt ihr Mikroklang angleichen. Das heißt also, wenn ihr zwei sehr unterschiedliche Mikros habt und ihr wollt, dass sie sich ein bisschen gleicher anhören, also einer hat einen Bayer Dynamics und der andere hat irgendwie was weiß ich, ich habe zum Beispiel einen Boom Pro, was ein bisschen höhenstärker ist und dafür ein bisschen weniger Bass hat, dann kann man eins der beiden Mikros matchen auf den Klang des anderen und dann habe ich so eine adaptive EQ-Anpassung, die also deutlich granularer funktioniert, als ich das mit einem normalen grafischen EQ machen könnte. Könnt ihr mal mit rumprobieren. Erkläre ich aber auch nochmal ausführlicher, wie es funktioniert. Trier Level A2 ist nochmal eine ganz interessante Alternative zu unserem Dynamics 2-Effekt, mit dem man auch rumspielen kann, weil man den Eindruck hat, so richtig warm bin ich mit dem Dynamics 2 nie geworden. Ist also auch ein Nachbau von einer Geschichte, die man aus kommerziellen Produkten kennt. Export. Da haben wir den Export-Assistenten auf gepimpt, um einige ziemlich coole Features, würde ich sagen. Export-Assistent ist hier hinten. Wir haben jetzt eine Ampellogik. die die Schritte 1 bis 5 durchgeht, ob das eigentlich gerade schon okay ist oder nicht. Export-MP3 guckt einfach danach, ob im Projektverzeichnis, wie er an uns hier unten der Ordner, ob dort eine MP3 liegt, die genauso heißt wie der Projekttitel in dem Fall, also jetzt hier Level 17002. Und wenn ja, ist dann eine gelbe Lampe. Wenn irgendeine MP3 drin liegt im Projektordner, gibt es eine gelbe Lampe. Wenn gar keine MP3 gefunden wird, gibt es eine rote Lampe. Man kann trotzdem hinterher finalisieren, muss dann aber sich das MP3 auswählen. Ansonsten wird es automatisch einfach getaggt, wenn es hier eine grüne Lampe hat. Chapter-Markers. Da guckt ihr nochmal drüber. Ist zum Beispiel ein Marker auf der Nullposition? Das ist für manche Podcatcher wichtig, dass man dort eine Kapitelmarke, also Intro oder Anfang liegen hat. Sind noch Edit-Marken verbaut? Das ist nämlich jetzt hier der Fall. Also ihr seht zwei Edit-Marker. Die sind hier vorne. Die will ich vielleicht vorher noch loswerden, weil da war ja noch irgendwas zu tun. Nicht, dass ich das übersehe. Und ihr könnt mit Edit-Chapters auch das neue Marker-Dashboard starten. Komme ich aber später zu. ID.3 Metadata. Hier habt ihr jetzt endlich ordentlich Platz, die einzugeben. Nicht mehr so abgehackt wie vorher. Und das Highlight, das Episoden-Image. Highlight deshalb, weil hier habe ich mal ein Drag & Drop reinprogrammiert. Mio hat von ihrer API hier mir Werkzeuge an die Hand gegeben, die ich dann einfach mal schamlos genutzt habe. Ihr nehmt jetzt also einfach ein Bild, euer Cover und lasst es hier reinplumpsen und fertig ist euer Episoden-Image. Yay! Ihr könnt es auch wieder löschen, hier mit dem entsprechenden Icon. Und was ihr aber auch machen könnt, ist, es gibt hier noch Speicherslots für vier weitere Podcasts, die ihr vielleicht ansonsten habt. Und das wird sich also gemerkt auf Systemebene. Das heißt also, egal mit was für Projektvorgaben ihr arbeitet, diese vier Slots sind quasi immer aktiv. Sodass ihr also einfach, wenn ihr drei verschiedene Formate habt, legt ihr einfach deren Titelbilder hier rein und sobald ihr im Export-Assistent geht, klickt ihr einmal drauf und könnt dann den entsprechend richtigen auswählen. Das ist also viel, viel, viel einfacher als diese Geschichte mit irgendwie die JPEG-Dateien in die richtigen Ordner und so weiter reinzulegen. Und über Finalize MP3 wird das Ganze dann am Ende getaggt. Also er warnt mich jetzt nochmal, die Metadaten waren falsch, aber ansonsten hat er das jetzt erfolgreich gemacht. Können auch einfach mal reinschauen. Den haben wir da gerade eben gebaut und da sehen wir schon, da haben wir das entsprechende Cover mit drin und die Kapitelmarken haben wir auch entsprechend mit drin. Alles fein. Exportbilder Drag & Drop gerade eben gezeigt. Ultraschall-Render-Presets nun auswählbar. Auch eine schöne Geschichte hier unten auf unserem Export-Button, der schon die Wellenform zeigt, kriegt man als automatisch MP3 ausgewählt und zwar mit einer wie ich finde sinnvollen Konfiguration. Ihr könnt aber auch die Bitrate natürlich entsprechend anpassen, runtersetzen, raufsetzen. Als Titel wird automatisch jetzt hier Project genommen und es wird immer das ganze Projekt im Master-Mix als eine Summe geschrieben. Wenn ihr zu Auphonic exportieren wollt, weil ihr doch mit unserer Amp-Effekt-Kette noch immer nicht zufrieden seid, könnt ihr auch das tun. Geht einfach aufs Podcast-Menü Export und da habt ihr Render-Projects auf Auphonic-Multichannel. Dann werden alle Spuren selektiert und es wird hier oben Stamps ausgewählt, Selected Tracks, Entire Project und ihr bekommt ein vernünftiges Benamensungsschema, Project, Tracknummer, Track und seht jetzt also hier zwei Files, so werden sie heißen. In dem Fall ist dann Flack ausgewählt, was glaube ich dann sinnvoller ist für Auphonic, denn da will mehr gute Qualität haben. Achtet dann aber natürlich darauf, dass ihr dann diese ganze Prozessierung alle nicht macht, das heißt also, lasst dann eure Aufnahme aber bitte auch so clean wie möglich. Das hilft also Auphonic nicht, wenn ihr da vorprozessiert auf der Ebene. Also entweder ihr nutzt wirklich unsere Amp-Kette und dann braucht ihr keine Auphonic oder ihr nehmt halt Auphonic, aber dann nehmt dieses Preset und bitte dann nicht noch vorher irgendwo mit unserem Dynamics oder Limitern rum experimentieren. Routing-Chat, Umstellen des Routings vor jedem Export wird nochmal darauf geachtet, dass das Routing wirklich auf jeden Fall auf Schnitt steht, damit auch die Spuren alle drin sind. Render-Settings, Optimierung für Apple Silicon hatte ich vorhin schon gesagt, das ist also irre, wie schnell man auf einer M1 jetzt hier rendern kann. Ganz einfach mal mal anstoßen. Ist in dem Fall jetzt nicht so schnell, weil ich jetzt schon einiges an Effekten drin habe, aber selbst da bin ich jetzt hier schon bei einem 81 Real-Time Geschwindigkeit. Ich habe jetzt lauter überflüssige Effekte drauf. Je mehr Effekte und je mehr Spuren, desto langsamer wird das Ganze natürlich. Wie gesagt, die Top-Geschwindigkeit ist 500-fach, die ich bisher erreicht habe. Shortcuts. Endliche Shortcuts sind auf Global gesetzt. Hat den Hintergrund, dass je nachdem, in welchem Fokusbereich man unterwegs ist, also bin ich jetzt gerade hier in der Timeline oder arbeite ich gerade irgendwo da unten. Es macht einen Unterschied, wie Tastaturanschläge interpretiert werden und das haben wir ein bisschen dadurch abgemildert, dass manche der Shortcuts jetzt immer sich auf ihren definierten Scope beziehen. Übersicht sämtlicher Shortcuts, das ist eine coole Sache. Geht mal auf Podcast, Help and Documentation und dann Mouse Modifier Keys and Action Shortcuts. Dann wird live generiert eine riesenlange HTML-Seite, in der zunächst im oberen Teil alle Dinge, die ihr mit der Maus anstellen könnt, beschrieben sind. Also das, was ich eben zum Beispiel gezeigt habe mit dem Item vorn und hinten einfach cutten. Das kann man sich hier alles angucken. Und danach ist eine Komplett-Off-Listung sämtlicher Shortcuts. Die habe ich jetzt noch mal durch eine einheitliche Benahmung so strukturiert, dass sie hier alphabetisch sortiert ihr relativ schnell euch orientieren könnt, was sind die ganzen Shortcuts, die auf Soundboard wirken, was sind die, die auf eine Time Selection wirken und so weiter. Ihr seht hier, dass ich jetzt also hier auch heute nur einen Bruchteil dessen zeige, was hier an Shortcuts verbaut ist. Natürlich könnt ihr die auch selber anpassen. Aktuelles Projekt abschließen mit Command-W. Dynamics Split Out Items hat wieder einen eigenen Shortcut bekommen. Normalisierung hatte ich eben schon mit dem Doppelklick gezeigt. Gibt es auch noch mal zwei Shortcuts dafür. Glue Items, das ist noch eine ganz spannende Geschichte. Das zeige ich eben noch mal. Und zwar nehmen wir mal an, ihr habt einen Podcast, in dem zwei Passagen sehr ungleich laut aufgenommen worden sind, weil irgendjemand während des Podcasts am Gain-Regler gedreht hat. Ich versuche das mal ein bisschen zu simulieren hier, weil hier an der Stelle ist es ein bisschen so, dass dieses Item jetzt einfach mal lauter ist als dieses. Was ich jetzt einfach gemacht habe ist, meistens seht ihr das sehr, sehr schnell in der Aufnahme, wo so strukturell einfach wirklich ein großer Unterschied ist. Setzt dann da einfach einen schnellen Schnitt mit Alt-Klick oder mit S und normalisiert jetzt die beiden einfach unabhängig voneinander. Das heißt also einmal das erste auf minus 23 Lofs normalisieren und dann das zweite. Und dann seht ihr, jetzt sind sie beide gleich laut in Anführungszeichen. Ich habe natürlich jetzt auch hier das Rauschen ein bisschen angehoben, aber das filtert unsere Dynamics wieder weg, also macht euch da nicht so viele Sorgen. Jetzt habt ihr aber das Problem, dass ihr eben zwei Items hat. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie anfängt, das zu verschieben, müsst ihr dann schon wieder daran denken, wo waren denn da hinten noch andere Items irgendwo. Das könnt ihr umgehen, das Problem, indem ihr die beiden wieder zu einem Item zusammenklebt, obwohl ihr sie modifiziert habt. Und das funktioniert eben über diesen Shortcut, Command-Shift-G, Glue Items heißt das, Command-Shift-G. Jetzt berechnet er aus diesen Items ein neues Item und das verhält sich wieder wie ein einziges, denn es ist auch ein einziges. Das heißt also, wenn ihr im Storyboard-Modus euch mal anguckt, was das Source-File ist, dann seht ihr, dass das jetzt hier ein wirklich neues File ist. Das heißt also, das hier ist das obere Flack, das ist das untere Flack und das hier ist eine neue hinzugekommene Datei. Diese Datei, das musste ich auch erstmal ein bisschen rausrecherchieren, habe ich jetzt so gesetzt, dass sie 32-Bit-Floatpoint hat und aber ein bisschen komprimiert ist mit dem Wavpack-Algorithmus. Bedeutet, auch hier bei diesen Glue Items müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass jetzt hier solche Passagen irgendwo weggefressen sind. Auch hier gilt die Regel, was wir eben hatten, die Information ist noch da, sie wird jetzt nur an der Stelle einfach nicht angezeigt. In dem Fall hat der Trick jetzt gerade gar nicht funktioniert, aber ich zeige dir vielleicht mal den Unterschied, weil das nämlich jetzt ein altes Projekt ist, in dem das in den Projekt Settings nicht hinterlegt ist. Von daher zeigen wir mal den Unterschied. Ihr habt eben gesehen, dass es nämlich jetzt entgegen meinem Versprechen sehr wohl abgenagt war. So, und das lag daran, dass wir hier in den Project Settings noch nicht den richtigen Wert drin haben. Das müsst ihr jetzt überhaupt nicht nachvollziehen hier. Wenn ihr ein neues Projekt anlegt, ist dort alles gut. So, wenn ihr mit 32 Bit, 96 dB, gluen das nochmal zusammen. So, gehen jetzt wieder an dieselbe Stelle. War ich eigentlich vorne oder war ich hinten? Wir haben die hier. So, und ziehen jetzt nochmal runter. Ah, da sind sie alle wieder. So, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat, wie gesagt, nicht verwirrend, aber schön, dass wir es mal gesehen haben, lag daran, dass das ein altes, sehr, sehr altes Projekt ist, von einem nicht veröffentlichten Podcast, der vielleicht irgendwann mal veröffentlicht wird, und an dem hingen noch die alten Settings dran, nämlich die alten Project Settings, in denen legt man nämlich fest, in welchem Dateiformat diese glued Items gespeichert werden. Braucht ihr euch keine Sorgen drum machen, ist alles für euch vorgedacht, sobald ihr jetzt irgendwie ein neues Projekt anlegt, ist das alles schon so konfiguriert, dass ihr auch bei Glute-Items maximale Sicherheit gegenüber Steuern habt, und bitte keine Sorgen machen, dass es nicht 64-Bit sind, macht wirklich keinen Unterschied, das ist ungefähr so, ob ihr den Headroom von hier bis zum Mars oder von hier bis zum Jupiter habt, so, also es ist einfach total egal. Navigation, das sind ein paar Dinge, die für Mausbenutzer interessant sind, die zeige ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier gerade einfach mal keine Maus habe, probiert das einfach mal aus. Bottomline ist, die Reaper bedient sich jetzt so wie jede andere DAW da draußen auch. Ich habe jetzt sämtliche Sonderwege wieder eingestampft und bin da den Weg gegangen, dass einfach so gesumt und gescrollt wird mit einer Maus, wie man das in jedem anderen Schnittprogramm auch macht, also von Final Cut über GarageBand über Hindenburg, also was auch immer ihr da ansonsten irgendwie vielleicht nutzt, das ist jetzt einheitlich. Schnitte prüfen wurde auch im Sendergate geprüft gefordert und hat mir dann ganz gut gefallen als Feature. Alt Command links und rechts, damit mit Command links, mit Alt links rechts ist es ja so, dass man einzelne Schnitte anspringen kann, das war schon immer so, einzelne Schnittkanten und wenn ihr Command dazu nehmt, wird gleichzeitig abgespielt und ein bisschen vor den Schnitt gesprungen, nämlich auch wieder um diesen Wert, den man vorher schon hatte, sodass ihr also dann dort die ganzen Schnitte im Projekt einmal alle gegentesten könnt. Das heißt, ihr macht jetzt einfach immer nur Command Schnitt links rechts, links rechts, links rechts und kontrolliert dann damit, ist der jeweilige Schnitt also eigentlich gut oder muss ich da irgendwie nochmal rein und nochmal ein bisschen feintunen und so kann man am Ende nochmal eine sehr valide Qualitätskontrolle über sein Projekt laufen lassen. Zoom auf Auswahl und zurück, das ist eine Sache, die mir auch irgendwie erst in den letzten Tagen noch eingefallen ist, dass es mal ganz nützlich wäre, nämlich, ihr möchtet jetzt hier oben mal etwas genauer reingucken, dann kann man halt immer Zoom, Zoom, Zoom machen, ihr könnt aber auch einfach den Bereich markieren und Shift-Z drücken, dann bekommt ihr genau diese Stelle jetzt raus, beispielsweise um hier eine Korrektur vorzunehmen, beispielsweise über die schöne Volume-Funktion, und jetzt wollt ihr wieder zurückspringen, dann macht ihr dann einfach Shift-Z wieder, das heißt also, es toggelt einfach den Zoom hin und her und dann seid ihr wieder genau an der ursprünglichen Sicht, wo ihr wart, das ist also schön, um schnell rein und raus zu gehen und funktioniert auch über mehrere Spuren, das heißt also, wenn ihr jetzt über zwei Spuren die Auswahl zieht, dann zoomt entsprechend die zwei Spuren hin und her. Das ist ein Pendant zur reinen Z-Funktion, mit der man ja quasi wirklich so auf ganz nah rangehen konnte und immer über alle Spuren. Das ist nochmal eine hübsche Alternative dazu, mit Shift-Z. Zoom auf Edit Cursor, wenn ihr beim Pinch-Zoom Command drückt, dann geht es nicht auf den Maus-Cursor wie normalerweise, sondern dann geht es auf den Edit Cursor, sodass ihr also auch hier sagen könnt, da will ich editieren und da will ich hinzoomen, dann habe ich nicht eventuell irgendwie so dieses Rumgewackeln mit der Maus, wo bin ich da gerade? Soundcheck. Diese Folge wird wirklich drei Stunden lang. Ich kenne nichts dafür. Ich rede schon sehr schnell. Wir haben den Soundcheck rund erneuert, weniger was die Grundphilosophie angeht, sondern mehr darum, wie elegant oder kompliziert manche Dinge daherkommen. Was passiert jetzt also bei einem Soundcheck im Vergleich zu vorher? Früher war es so, dass er ja immer die komplette Soundcheckliste angezeigt hat und dann quasi in der jeweiligen Zeile vermerkt war, was denn nicht stimmt. Das hat, finde ich, dann doch mehr oder weniger berechtigt so die eine oder andere Kritik gegeben und jetzt habe ich das auf so einem System umgebaut. Das heißt, es werden jetzt nur die Soundchecks angezeigt, die auch gerade wirklich einschlägig sind. Alle anderen muss man sich nicht drum kümmern. Ich habe die Call-to-Action-Buttons, das heißt also, was muss ich tun, damit es besser wird, klar getrennt von den Ignore-Buttons, das war vorher auch nicht der Fall. Die Beschreibungstexte sind jetzt gleich zu sehen, dass man sich also nicht erst irgendwie auf einen Fragezeichen-Button gehen muss, um zu gucken, was los ist. Und in den Titeln steht auch teilweise schon drin, was genau das sehr konkrete Problem ist. Also beispielsweise jetzt hier Echo and Distortion Prevention, wir haben einen Buffer von 512 eingestellt, aber Direct Monitoring ist off. So, das könnte jetzt gerade ein Problem sein mit dem Setup, so wie ich es habe. Ansonsten, die Grundlogik an sich hat sich nicht sonderlich geändert. Ich habe an einigen Checks ein bisschen fein getunt. Ihr kommt hier oben über den Settings-Button auch immer in unsere Ultraschall-Settings rein, die jetzt, Sie sehen es schon, drei Tabs haben und einer davon ist jetzt auch Soundcheck. Da könnt ihr die ganzen Soundchecks auch vorher noch wieder einstellen oder einzeln abwählen, wenn euch welche tödlich nerven. Unter dem Fragezeichen sind im Wesentlichen dieselben Beschreibungstexte, die ihr jetzt auch hier in den Kästen direkt drin habt. Unter General habt ihr noch eine Funktion, die standardmäßig eingeschaltet ist. Das ist Graceful Soundcheck. Das führt dazu, dass ihr dann, wenn ihr einfach schnell euch gar nicht groß damit kümmern möchtet und keine Lust habt, hier einzeln auf Ignore zu drücken, wenn ein Soundcheck-Fenster kommt und ihr sicher seid, ihr wisst, was ihr tut und möchtet die Warnung ignorieren, drückt einfach Escape oder schließt das Fenster, dann werden die automatisch auf Ignore gesetzt. Da, wenn man trotzdem noch einen Überblick hat, so, was habe ich eigentlich schon alles auf Ignore gesetzt und wie muss ich mich eigentlich mal wieder darum kümmern, ist es so, dass in unserem Dashboard hier unten jetzt immer angezeigt wird, wie die Soundcheck-States sind. Das heißt also, sechs Soundchecks von acht sind grün durchgelaufen, zwei habe ich auf Ignored gesetzt und null auf Warning und wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird also das Board wieder gestartet hier mit den beiden, wo ich dann also sehe, die beiden habe ich pausiert, könnte sie jetzt aber wieder Recheck machen, um beispielsweise hier die Buttons wieder dran zu kommen. Ich glaube, das ist jetzt von der Usability her noch besserer Kompromiss als vorher, um den Leuten, denen das immer zu offensiv war, ein bisschen entgegen zu kommen. Also es poppt jetzt dann nicht immer wieder ständig auf, solange man sich nicht drum kümmert, sondern es ist ein bisschen runtergefahren, aber nehmt halt die Soundchecks trotzdem entsprechend ernst. Auto-Magische Zuweisung von Inputs, das ist auch eine kleine Erleichterung. Wie funktioniert das? Die Logik dahinter ist die, dass wenn ich jetzt mehrere Spuren anlege und ich habe jetzt hier zwei Spuren, dann muss ich bisher, wenn ich die jetzt in einem Soundinterface habe, dann hier über den Zugang, muss ich denen die einzelnen Kanäle zuweisen. Das kann ich jetzt automatisiert machen, indem ich nämlich jetzt mal beide auf Aufnahme schalte, kommt ein neuer Soundcheck, den wir bisher noch nicht kannten, Input Wizard, der mich darauf hinweist, dass derzeit beide Spuren auf demselben Input-Kanal sind. Jetzt kann ich Auto-Assign Inputs drücken und jetzt habe ich eine Verteilung, dass nämlich Track 2 auf Input 2 gelegt worden ist. Macht jetzt bei meinem kleinen B-Ringer Mischpult hier überhaupt gar keinen Sinn, darum sieht man jetzt hier keinen echten Unterschied, aber ihr seht schon, er hat hier den Kanal von links nach rechts umgeschaltet. Das heißt also, der erste Kanal nimmt den ersten auf, der zweite Track nimmt jetzt den zweiten Kanal auf. Bei einem größeren Interface macht das schon viel mehr Sinn, muss ich also jetzt nicht mehr die einzelne Zuweisung machen, sondern kann das einfach hier über so einen Soundcheck lösen. Es gibt dann auch noch die Speziallogik, dass bei den Zoom-Geräten, also H4, H5 und H6, oder es ist nur H5 und H6, ist es ja so, dass die Kanäle, so wie sie hier durchgezählt sind, nicht bei 1 wirklich starten, weil 1 und 2 das Stereo-Mikrofon, der Aufsatz ist, den man oben draufstecken kann. Das wird jetzt berücksichtigt, auch von dieser Logik. Das heißt also, man fängt dann immer gleich mit der Zuweisung bei Kanal 3 an und ab da wird hochgezählt. Glaube ich auch eine ganz schicke Geschichte. Marker. Das Marker-Dashboard haben wir auch ordentlich aufgebohrt. Da hatte ich mal wieder hier mein Standardprojekt. Das erreicht ihr hier entweder über den Button oder über einen Shortcut. Und das hat auch einige neue Funktionen dazu bekommen. Das hat natürlich dasselbe Design wie vorher. So, ich setze mal ein paar neue Marker rein. Da seht ihr, die erscheinen jetzt hier auch alle fröhlich. Und es passieren aber Dinge. Zum einen habt ihr jetzt hier auch einen ordentlichen Status-Check und ihr seht schon gleich, okay, hier sind jetzt Marker drin, die bei der Name fehlt. Sobald ich den Namen setze, funktioniert das Ganze. Was ihr jetzt auch machen könnt, ist die Höhe ändern. Das heißt also, wenn ihr einfach mal viel Platz habt, könnt ihr das beliebig tief hochziehen. Er merkt sich dann also auch, ich habe jetzt mal noch nicht mehr Marker gesetzt, ich setze mal noch ein paar rein, damit der ganze Effekt so richtig offensichtlich wird. Und ihr könnt euch jetzt entscheiden, wenn ihr Platz habt, könnt ihr einfach das Ganze hochziehen, dann seht ihr alle. Also 15 Marker habe ich jetzt hier sichtbar gemacht. Oder aber wenn ihr weniger Platz habt, habt ihr hier eine Blätterlogik, mit der ihr also genau ganz entspannt durch die verschiedenen Seiten der Marker durchblättern könnt. Ihr könnt auch eine ausgewählte Zeile könnt ihr jetzt direkt löschen, hier mit der Mülltonne. Müsst ihr also nicht mehr irgendwo gucken, in der Timeline, wo ist das, sondern wenn ihr also schon von vornherein wisst, so, naja, die wollte ich sowieso nicht haben, nehmt ihr den dort einfach raus. Und auch das System, wie ich meine Bilder dort reinbekomme, ja, ich werfe jetzt also mal ein Bild in die Timeline rein, hier erscheinen die auch, und zwar so, dass sie jetzt auch eine wirkliche Ansicht haben. Das heißt also, ihr könnt jetzt hier wirklich mit, drauf wird es nochmal größer angezeigt, aber ihr seht jetzt auch direkt hier im Marker-Dashboard, wie die entsprechenden Bilder aussehen, damit ihr euch noch besser orientieren könnt. Mit einem Klick auf die Zeit springt ihr auch immer entsprechend in der Timeline hin und her. Das ist aber eine Sache, die es vorher so auch schon gab. Export hier unten rechts, das exportiert das Ganze wie bisher auch eine Textdatei. Das hatten wir bisher hier unten als Icon. Das habe ich jetzt hier in den Manager reingesetzt. In dem Fall hier wird jetzt also mit Fehlermeldung konfrontiert, weil jetzt einfach mal Marker keinen Namen haben und darum wird das Ganze nicht exportiert. Wenn ihr das korrigiert, dann läuft es auch wieder entsprechend. Nächsten Marker auf Plant setzen. Eine kleine Geschichte. Könnt ihr mal ausprobieren. Lautstärke der Kapitelglocke ist jetzt nicht mehr linear, sondern logarithmisch. Das heißt also, danke an Tim da für den Hinweis, wenn ihr also jetzt hier die beiden Volume-Regler benimmt für den Pink-Sound, dann ist das jetzt wirklich gefühlt halb so laut und nicht nur irgendwie ein Viertel so laut oder ähnliches, weil es halt jetzt eine logarithmische Skala abbildet. Mehr Platz für Marker. Mit der Option Large Marker Manager. Das ist noch ganz interessant. Wir haben jetzt hier eine Menge Marker hier und hier während der Aufnahme wird es hier unten ganz schön eng. Dafür kann ich in den Settings jetzt was einstellen, nämlich den Large Marker Manager. Dann wandern die nach rechts an die Wand, weil also häufig ist es so, dass man da noch ein bisschen Platz hat oder bei der Aufnahme es auch einfach mal gar nicht so wichtig ist, dass ich hier so rasend viel Platz habe. Ihr könnt das also auch nehmen und dem hier noch mehr geben, damit ihr also den ganzen Bereich hier seht. Und könnt dann also hier schon während der Sendung eure Shownotes vernünftig strukturieren. Was ich hier gerade gezeigt habe, ist auch eine Sache. Ich habe die Visualisierung, wo sind hier die Greifpunkte, habe ich jetzt auch mal in ein schönes, deutliches Ultraschall gelb getaucht, sodass also auch hier klar ist, wie die entsprechenden Dinge gegriffen werden können. Marker mit Namen, Shift-M. Habt ihr einfach mehr Platz zum Reintippen. Wurde vorher sehr schnell umgebrochen. Dashboard, das habe ich gerade eben schon gezeigt, dass wir jetzt hier den Soundcheck mit drin haben. Ich habe hier eine LUFS-Anzeige. Das heißt also, wenn ich hier unseren neuen Effekt habe, seht ihr also jetzt auch hier auf einen Blick im Dashboard, wie das aussieht. Und mit dem Klick da drauf wird dann noch der entsprechende Effekt gestartet. Eine andere Sache, die noch schön ist, ist eine Orientierung, wo ich, in was für einem Kapitel bin ich eigentlich gerade. Da könnt ihr einfach aufs Zahnrad gehen und show remaining time until next marker. Und dann bekommt ihr hier eine Anzeige unten drun, was ist der letzte Marker, der gesetzt ist und was ist eventuell schon der nächste Marker, der gesetzt ist. Und wenn ich jetzt also im Projekt rumspringe, dann sieht man also, dass ich jetzt im Kapitel Huhu bin und als nächstes kommt das Kapitel Hallo. Wenn ich beispielsweise eine stark formatierte Sendung habe, wo klar ist, nach fünf Minuten passiert folgendes und dann kommt ein Block von 20 Minuten und dann gibt es nochmal ein zweites Thema und das sind auch 20 Minuten, kann ich mir einfach ein Projekt anlegen, in diesem Marker schon vorher drin sind und habe dann hier eine ganz klare Anzeige, so wie viele Sekunden habe ich quasi noch jetzt in meinem hart getakteten Format. Es gibt ja so viele verschiedene Podcast-Ideen und Formate, da versuchen wir einfach uns breit aufzustellen und denen gerecht zu werden. So, Magic Routing, nochmal ein Highlight zum Schluss. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe während jetzt der ganzen Geschichten hier kein einziges Mal links das Routing umgestellt, weil ich es nicht mehr muss. Das bedeutet, immer wenn ihr Dinge abhört und schneidet, ist automatisch richtig das Schnitt-Routing ausgewählt und wenn ich jetzt doch auf den Gedanken komme, ich will hier hinten nochmal eine Aufnahme hinten dran hängen, schaltet er automatisch um in das Recording-Routing. Und wenn ich dann wieder zurückgehe und sage, so, das will ich mir jetzt wieder anhören, schaltet er wieder den Schnitt rüber. Er weist mich jetzt darauf hin, mache vielleicht mal Prepare Tracks for Editing, weil ich ja wieder einen Wechsel von Aufnahme zu Schnitt gemacht habe. Setzen wir auf Ignore. Wunderbar. Ich war schon mal überlegen, ob man den ganzen Bereich jetzt einfach komplett ausblendet. Habe ich dann aber doch dagegen entschrien, weil zum einen man den Wechsel von Pre-Show, wo man ja nur das Soundboard hört, wenn ich also einen On-Air-Stream starte hier unten zu Recording, den kann man halt nicht automatisieren. Und zum anderen gibt es ja auch die Option, dass ich die Automatik ganz ausschalte und das irgendwie komplett im manuell Betrieb mache, plus nochmal Nutzer-generierter Presets, die ich ja hier über Routing-Klick abspeichern kann und aufrufen kann. Habe ich dann gesagt, naja, für die 5er-Release lassen wir es jetzt mal noch so. Kann aber sein, dass ich das wie so manchen anderen Button zur 6er dann vielleicht doch nochmal weiter aufräume. Aber bis dahin bedeutet das also jetzt, wenn ihr Magic-Routing aktiviert habt, müsst ihr euch eigentlich echt um gar nichts mehr kümmern. So, macht einfach euren Podcast und das Routing wird schon hinhauen, so ihr denn einmal richtig gesagt habt, wie das Direct Monitoring eurer Soundinterfaces funktioniert. Das ist dann bei dem entsprechenden Soundcheck auch hoffentlich menschenlesbar beschrieben. Ultraschall-Settings hatten wir eben schon gesehen, neues Layout mit den drei Tabs General Soundcheck Interfaces. Macht die Sache viel übersichtlicher bei Interfaces. Ist auch so wie bisher. Seht ihr alle Audio-Interfaces, die ihr bisher jemals angeschlossen habt. Könnt welche löschen, die ihr nicht mehr braucht und könnt vor allen Dingen nachträglich korrigieren, ob die eben Direct Monitoring können oder nicht. Hier unten ist auch nochmal ein Hilfstext. Also das Einzige, was ihr einmalig für jedes Soundinterface machen müsst, ist halt sagen, kann es Direct Monitoring oder nicht. Und die Frage ist einfach, habt ihr euren Kopfhörer im Soundinterface drinstecken oder habt ihr ihn im Rechner drinstecken? Das ist letztendlich die einzige Frage. Wenn ihr es im Interface drin habt, kann es Direct Monitoring, da muss der Haken hier gesetzt sein. Wenn ihr den Kopfhörer im Rechner drin habt, müsst ihr den Haken rausmachen. Und das wird sich aber gemerkt pro angeschlossenes Interface, sodass ihr euch also nur ein einziges Mal diese quälende Frage stellen müsst. Interfaces. Das ist eigentlich noch was Tolles. Kann ich euch jetzt aber nicht erzählen, weil ich es nicht programmiert habe. Das Elgato Stream Deck, das ist dieses, dieser kleine Schnupsi mit diesen lustigen, bunten Tasten, wo ich selber die Tasten programmieren kann, was also quasi, das sind kleine Displays zur Fernsteuerung von Ultraschall. Dort hat Udo mit viel, viel, viel Einsatz eine, glaube ich, ziemlich ausgebuffte Parametrisierung für gemacht, sodass ihr also dann selber euch sowohl Standardfunktionen wie schon vorgegeben, wie Kapitelmarkensätzen und ähnliches, aber auch beliebige eigene Aktionen dort drauflegen könnt. Aber da wird dann der Udo nochmal einen eigenen Screencast zu machen. So, Bugfixes überspringe ich jetzt einfach mal. So, meine Güte, damit sind wir durch. Am Ende möchte ich doch nochmal die, die Werbetrommel rühren für unsere kleine, charmante Danke-Seite. Wir haben ja Ultraschall.fm ist unsere Rubrik und wir sind ein Open-Source-Projekt und wir machen das alles komplett kostenlos. Aber hier fließt dermaßen viel Arbeit rein, bei mir eigentlich immer nachts zwischen 0 und 2 Uhr, dass wir uns natürlich schon freuen, wenn irgendwo auch nochmal eine Anerkennung rüberkommt. Und dazu haben wir jetzt schon auch seit längerer Zeit diese Danke-Seite hier, wo nochmal erklärt wird, wie das funktioniert, nämlich halt kein Geld fürs Projekt, sondern jeder kann für sich aussuchen, worüber er sich eigentlich so freut im Leben und was durch Ultraschall zu kurz kommt und was man durch eine kleine Aufmerksamkeit vielleicht kompensieren kann. Bei mir ist es eine Liste mit Kinderspielzeug und meine Kinder sind immer total begeistert, wenn bei Amazon wieder unverhofft irgendwelche tollen Sachen geliefert werden. Also von daher schaut mal beispielsweise Heiko, der ein-Klick-Installer, Udo mit der Stream-Deck-Ankopplung, Mio mit dem Insert-Recording und so weiter, Malik mit dem neuen Design, neue Ultraschall-Version, neue Studio-Link-Version. Guckt einfach, welche Features euch richtig gut gefallen und überlegt doch mal in eurem Herzen, ob da nicht die ein oder andere Aufmerksamkeit drin ist in Relation zu dem, was diese Software euch hoffentlich mit der 5er-Version noch mehr an Freude bereitet und vielleicht jetzt auch noch mehr an Zeit spart. Jetzt sind wir durch. Viel Spaß mit der Software. Geht raus und macht cooles Zeug. Tschüss.